hey leute willkommen zurück zu outlast 2 wir haben schon diese komische alte kennengelernt die uns schon 1 2 mal aufgeschlitzt hat ist eine batterie ja sehr gut okay es wird nicht besser hier drin auch wenn sie nicht mehr da ist es ist sehr unheimlich und ich habe es übrigens mal heller gestellt ich habe es mal versucht bisschen anzupassen nein es geht leider nicht also egal ob ich heller oder dunkel stelle es ist immer wie im arsch einer kuh also es ist stocken booster wirklich ich kann es nicht anders als die ganze zeit mit nachts sich zu spielen wenn eine kamera ein mikrofon drücke v und durch mich wende zu hören und geräusche zu verfolgen das ist cool was ist mit den füchsen wap wap oh gott oh gott da seht mal es ist halt einfach der dunkel mann und also das macht sich besser dass ich jetzt hier sound habe was steht da ist was 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 ach so satanas inimical de hat scheiße hart zum heilen nur ich rede jetzt erst mal ein bisschen was hart zum heilen scheiße was ist hier los jesus jesus kathar oh we gonna happen we gonna happen we gonna have you can't Oh wow, die drehen jetzt alle komplett durch. Das war nur... Keine Ahnung was das war, aber die dreht gerade alle komplett durch. Okay, okay, die machen wir jetzt erstmal nichts, das finde ich gut. Aber warum so eine Masse hier an Typen? Warum... Warum wollen die mir alle was blöses? Es ist wie, sie sind hypnotisiert. Warum müssen wir das schreckliche Leben wissen? Du weißt, was du weißt? Und... Du weißt, was Gott sagt? Gott sagt es auf dem Motto. Ich bin, dass ich bin und das ist alles, was es ist. Kriegt den Mund nicht mehr zu, ne? Wir stehen in our position to the Antichrist. Wenn wir uns nicht nur versuchen zu sein, können wir nicht nur versuchen zu sein, wie Jesus. Wir müssen sein, wie Gott. Und jetzt, Gott hat uns das, wundervollt. Litt! Oh, fuck! Nein, oder? Nein, oder? Ich frage dich, die ist der Entsatz? Der Entsatz? Der Entsatz? Komm in in unsere Hand. Komm in in die Hand! Komm in die Hand! Komm in die Hand! Ich bitte, wir schreitig! Wir schreiten! Das ist schéma. Nur die Revenge von der Töne sind, und die Frau von der Leyen sind. Gott sei Dank ist hier, jetzt. Komm direkt. ist es dieser noch dieser schwein okay wir lesen diesen text hier meine liebe bitte versuche stark zu sein papa sagt uns in jedem gottesdienst dass der herr uns in unseren träumen unsere sünde zeigt und wir müssen uns diesen stellen sollten wir gott gerecht werden wollen wenn die visionen schlimmer werden und die träume vor unseren wachen augen erscheinen so müssen widrigkeiten bevorstehen harte zeiten doch das paradies ist auf der anderen seite gott liebt uns und gibt uns nie mehr als wir tragen können auf ewig dein philipp mann und mann und mann das ist nicht die die glauben nicht an gott die glauben ganz gewiss nicht an gott was schreist du denn so mann oder doch natürlich ist es möglich du siehst es doch ich hasse das mit den batterien leute gehen so schnell leer was ist das hier für meine güte einfach das mount massive asylum das hier ist viel schlimmer und okay da komme ich also nicht durch was hat das was war das für eine welle die da ausgelöst wurde ach viel zu schnell man muss einfach viel zu schnell nachladen die dinger guck mal man kann sich jetzt schon sehen wie es runter geht oder ja oh gott man ich weiß nicht das ist eine ganz schlechte idee kumpel das ist eine ganz schlechte idee weil ich mal versuchen gerade gottes dienst ja gelobt sei der digitale zoom beziehungsweise der nicht digitale optische zoom was ist das denn hier auch schon wieder evangelis evangelisches irgendwas evangelium sullivan north kapitel 11 soll ich das lesen ich will das eigentlich nicht lesen dann gehe ich eine flamme auf irgendwann das wollen wir nicht ich will das nicht naja ich werde das wesentliche vorlesen geiler typ das ist doch bestimmt nicht ohne grund versperrt ich kann ihn verstehen ich würde meine frau auch retten wollen aber gleichzeitig muss ihm doch klar sein dass er nicht lebend rauskommt oder steht da das und carpe abyssum atrum mein latein ist sehr eingerostet ich war nicht besonders gut habt ihr sicher schon mal mitbekommen der ist tot Was ist der Scheiß-Satan, Mann? Alter. Das ist so krank, Leute. Das ist so krank. Paul, da du Papa Noths Ohr hast, bitte ich dich, ihm eine schreckliche Geschichte zu erzählen, in der hoffentlich nichts wahres ist. Der Höchste seiner Diakone, Val, kam heute noch vor der Sonne zu mir mit einem Angebot, das er nicht ganz erklärte. Val benahm sich wie jemand, der etwas Heimliches und Unzüchtiges anbietet. Doch ich kannte Val und sein Wesen und hatte Angst und lehnte seine Einladung ab. Val würde sich nicht erklären und sagte mir, Es gibt Orte in unserem Herzen, die Papa Noth nicht erreichen kann. Doch schien Val mehr an anderen Teilen meines Körpers interessiert. Ich bat Val, am Abend zurückzukehren, auf das ich darüber nachdenken kann. Doch sagte ich dies nur, dass Noth Männer starken Willen schicken können, äh, starken Willens schicken können, die heimlich mit anhören, was sich für Lästerung und Verrat hielt, sodass sie es niederschlagen können. Ich hoffe, Papa kann helfen, denn ich habe große Angst. Ruth. Ja. Wahrscheinlich ist das der Einzige, der sie besteigen darf. Und dann ist es auch noch Gottes Wille oder sowas. Oh Gott, ist das widerlich. Was haben sie denn hier gefesselt, sag mal? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die haben die ja alle zu Tode gefoltert. Beziehungsweise weiß ich nicht, was die gemacht haben. Oh, nicht schon wieder. Ich habe auf jeden Fall einen Schlüssel. Oh, hat sie überhaupt noch Augen, die arme Frau? Oder haben sie sie herausgerissen? Ad inferi per aspera. Gott. Ja, immer diese blöde Batterie so schnell. Ich glaube, ohne Batterie wäre es auch gruselig genug, ne? Okay, hi. Lockiert. Okay, warte mal. Ich habe den Gefängnis... Warte mal, das muss doch da unten noch irgendwas sein. Irgendwo da unten ist noch was. Ey, komm, kann ich dich irgendwie hier rauslassen? Ach, guck mal hier. Oh, oh! Oh Gott, ich verwechselst mal die Tasten, ne? Naja, ich kann auch Türen langsamer öffnen, das ist gut zu wissen. Eine Bandage. Oh, das ist einfach immer viel zu dunkel hier. Viel zu dunkel. Ach man, ey, es ist doch unheimlich hier. Ich weiß halt auch nicht, was diese... Was diese Kerle vorhaben. Okay. Aha. Ist so ein bisschen wie Call of Cthulhu, ne? Ja, ja. Evangelium Sullivan-Novts. Die Scheide der Hölle öffnet sich bald. Mhm. Ehrliche Hymne und Die, fuck. Was? Kandel. Es ist immer wirrer hier, der ganze Kram. Ihr könnt es selbst lesen, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Die restlichen Texte aber ja. Das ist Lynn. Ist Lynn? Oh, nein. Oh, Mann. Können wir sie... Au. Können wir sie retten? Ernsthaft, sie hat es geschafft zu entkommen. Gute Frau. Oh, Gott, Blake. Bist du okay? Nein. Was ist das? Ich weiß nicht. Oh, Scheiße. Hey, der Außenminister! Da! Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie Resident Evil 4. Oh, Gott, nein. Schnell weg. Oh, wie siehst du überhaupt was? Lynn? Wo sind wir gehen? Ab hier. Allerdings, aber hier. Was denn Gott zusammengefügt hat? Ich kann nichts sehen, ne? Okay, und ich kann gerade... Oh, gut, sie hat mich an der Hand. Oh, Gott! Was ist das? Mein Stamm. Es tut. Was ist falsch? Verdammt! Oh, das war aber eine Turbo-Schwangerschaft, hä? Ich habe zu stoppen. Ich habe zu stoppen. Ich habe zu, ich habe... Oh, Gott. Jesus Christ, Lynn! Was passiert hier? Ich dachte, du war tot. Wenn du fell, ich dachte, wir waren tot. Das ist okay. Ich bin hier. Wir werden aus dem, okay? Gott. Was haben sie gemacht? Was haben sie gemacht? Ich... Ich kann nicht darüber sprechen. Bitte... 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 Bitte nicht fragen mich. Ich bin hier. Sie sind hier. Sie sind hier. Sie sind hier. Sie sind hier. Unsere Hoffnung hat sich... Nein, 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 nein. Die Frau, die kam zu Tiff, wird er aus dem Weltkirchen? Halt mit ihr, die blöden wir in der Zeit, die wir beobachten haben, all diese Zeit. Was? Ich weiß nicht. Er ist verrückt. Sie sind alle verrückt verrückt. Was? Was? Was ist der Verrückt? Was ist der Verrückt? Was ist der Verrückt? Was ist der Verrückt? Ich kann es nicht. Nicht jetzt! Geh doch mit Bier! Wann denn? Just get away from this place. Kill them! Soak the arm with their blood! Rip the devil from her belly and crush it beneath your fo-tail! Okay. Stay back! We'll be jammed tough. I swear to fucking Christ the first person who touches me loses their eyes! No! No! God wants the child! God wants the child! Get off me! Get off me! God wants the child! Lynn! No! 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 You motherfuckers! No! Get off me! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! Lynn! What the? Fuck you! Shoot it! Fuck you! Fuck you! I saw him. Fuck... I've watched my father fuck you God to death. Oh! Ah, shh! Moment, no! Wait! No, wait! No! There he goes. No! No! Oh! For fuck's sake! Jake! Take her home. I'm gonna share my love with the father. Motherfucker! God doesn't love you. Not like I do. Yes, my love. We have mother. I think I'll see you again. Ah, come on. Lynn! Oh, go ahead. Oh, God! Oh, come on! Oh, was is here? Jesus! Oh, come on! Das ist nicht Lynn. Oh ja. Ach du Scheiße, Leute. Was ist das für ein Spiel? Was haben die hier? Also, die sind eine Gruppe kranker als die andere. Ich muss es erst mal verdauen. Nächstes Mal geht es weiter. Danke fürs Zusehen, liebe Leute. Und danke fürs Feedback. Wir sehen uns zu Outlast 2 wieder. Wow.